Wie sehen wir denn aus? Wir spielen heute einfach mal Among Us, aber wir alle sind Geister. Oh, ich bin ein Geist, ich kann schweben. Und oh, hey Freunde, schön, dass du uns wieder eingeschaltet hast und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben, das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und wir spielen heute mal zusammen mit Moin Moin, Vitamino, Fantastico, ein paar Runden Among Us, aber wir spielen heute mal Among Us als Geister. Oh ja, ich bin ein absoluter Geist. Und? Let's go. Crewmate, was bist du? Ach, Crewmate. Oder, warte mal, Imposter nennt man das, oder? Warte mal, welche Farbe hat der Name? Ähm, Lila. Wie Lila, was redest du da? Lila gibt es gar nicht. Ist der Labe rot oder weiß? Ähm, Pink? Pink? Wie pink? Rot oder weiß? Vitamine, raus mit der Sprache. Okay, ich bin pink. Ey, ich meinte rot. Warte mal, rot? Okay, dann gehe ich zum Knopf. Ich werde den Knopf drücken und ich werde dich rausmoten. Äh, Sandy, ich bin weiß. Ach, drück doch, was du willst. Hier würde eh keiner glauben. Ja, denkst du, denkst du. Ich sage einfach, du bist gewendet vor mir und da wirst du keine Chance haben. Und wer ist das denn? Obwohl, dann kann ich das ja genauso sagen von dir. Oh, Mann, Mann. Okay, ich würde sagen, ich mache hier auf jeden Fall hier schön meine Kabelaufgaben. Und, Freund, oh, oh, das Licht geht aus. Okay, hellgrün sind die Kameras. Ey, warte mal, ich brauche gar kein Licht. Ich tue gerade die Asteroiden kaputt schießen. Okay, das ist ja dann gar nicht mal so schlecht. Oh, mein Gott, Freund, das ist wirklich zu, zu krass. Ihr seht es. Wir spielen heute wirklich Immorgas, aber alle sind einfach als Geister unterwegs. Als wären wir einfach tot. Das ist wirklich zu, zu krass, ey. Okay, hier ist jemand in den Kameras. Mich sieht jemand. Ich bin in den Kameras. Moin, moin. Moin, moin. Also, Schwarz ist in den Reaktorgang. Vielleicht ist irgendwer tot. Weiß, Schwarz. Okay. Weiß macht scheinbar seine Aufgabe. Dann glaube ich das mal. Ich bin hier weiter in den Camps. Und alles gut bei dir? Was machst du gerade? Report, report, report. Oh. Wie heißt das da unten rechts? Oh, was ist das? Äh, Shields, Shields, Shields. Shields, äh. Ich weiß aber nicht. Ich habe niemanden gesehen. Ah, miss, miss. Okay, in Shields. Ich habe leider auch keinen in den Camps gesehen, Freunde. Okay, das ist wirklich gar nicht gut. Aber ihr seht es sogar im Meeting, Freunde. Wir sind wirklich alle hier einfach als Geister unterwegs. Als wären wir wirklich alle tot. Aber wir leben. Wir sind einfach nur unsichtbare Geister. Und vielleicht wären wir heute wirklich noch so ein Geist-Imposter. Und wären alle unsichtbar als Geister. Das wird auch wirklich sehr, sehr krass. Okay, unten rechts niemanden gesehen. Da würde ich sagen, Schwarz schreibt einer. Ich habe, wie gesagt, nur Hellgrün gesehen. Aber ich glaube nicht, dass der ist. Hellgrün. Ne, ne. Ich glaube, Hellgrün stand bei dir. Einer. Mein Storage. Schwarz. Fragezeichen. Ich weiß es auch noch nicht so ganz. Also, ich habe erstmal mal Skip gemacht. Weil ich will hier niemandem vertrauen. Niemand ist hier mein Freund. Jeder ist mein Feind. Weißt du? Oh, ja. Okay, da würde ich sagen, komm. Wie wir skippen. Es ist eh nur einer gestorben. Da würde ich sagen, Freunde. Wie wir skippen, oder? Ja, skip. Okay. Wir skippen. Let's go. Da bin ich mal gespannt. Und. Warte mal. Hey, was soll denn das jetzt? Äh, was? Was meinst du? Ich verstehe überhaupt absolut gar nichts. Warum du mich hier votest auf einmal? Oh, ich hatte einfach Bock nicht zu voten, muss ich sagen. Okay, okay, Freunde. Ich würde sagen, wir gehen jetzt sofort mal hier in Matchday rein. Ich habe noch zwei Aufgaben. Also zwei in Electrical. Und wir scannen uns jetzt einfach als Geist. Electrical ist zwei Aufgaben. Nein, ich habe sogar noch dreimal Kabel und dreimal diesen Power-Dings. Oh. Oh, ja. Wir haben auf jeden Fall noch viele Aufgaben zu tun. Und es ist aber auch nur einer gestorben. Also es könnte auf jeden Fall eine chillige Geister-Runde werden. So. Wir sind halt hier alle als Geister unsicher unterwegs. Das ist... Was? Was? Pink, pink, pink. Drück auf den Knopf. Drück auf den Knopf. Was? 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 Pink, 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 pink. Oh mein Gott. Ich habe ihn wenden sehen vor mir. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Drück den Knopf. Oh mein Gott. Okay. Ich drücke den Knopf. Ich drücke den Knopf. Und boom. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Pink. Pink ist einfach gewendet, würde ich sagen. Raus mit Pink. Pink. Bist du dir 100% sicher? Ich bin für 1000. Ey, wenn nicht, könnt ihr mich da rausvoten. Ich sag's dir. Okay, okay. Und es ist Pink. Raus mit... Oh, Blau hat dich gewotet, Vitaline. Oh mein Gott. Okay. Und siehst du, er war Imposter. Oh ja. Feier dich auch nicht so krass. So krass bist du jetzt auch nicht. Was? Immerhin habe ich einen gefunden und du noch niemanden. Ja, weil ich auch der Imposter bin. Ich wusste doch schon die ganze Zeit, dass der es ist. Okay, aber merkt im Hinterkopf. Blau hat dich gewotet, okay? Ja, okay. Das heißt, man könnte auf ihn acht geben, oder? Auf jeden Fall so, Freunde. Wir fixen mal das Licht hier sofort. Zack, zack. Aber mit Elektrikkeller haben wir keine Aufgabe. Okay, ich habe noch zwei Aufgaben. Aber ich muss übelst krass jetzt auf Blau aufpassen. Ich habe noch eine Aufgabe. Die Türen sind einfach hinter mir zugegangen. Warum? Senti, warum braucht ihr immer so... Warum braucht ihr immer so lange für die Aufgaben, Senti? Ja, ich war die ganze Zeit in den Camps, muss ich sagen. Rot kommt da raus. Und fertig mit meinen Aufgaben. Nein! Ich bin weg vom Fenster. Aber ich wurde reported. Oh, nein! Aber, Freunde, ihr seht es. Ich erkenne gar nicht, wer hier wirklich ein Geist ist. Und wer einfach ein echter Spieler ist. Weil wir alle einfach Geister sind. Das ist wirklich zu lustig. Warte mal, du lebst noch Vitamine, ne? Ja, bin ich jetzt bei dir ein Geist bei dir? Oder bin ich ein... Was bin ich überhaupt bei dir jetzt? Wir sind alle Geister. Wir sind einfach alle Geister. Die Geister sind Geister. Die Spieler sind Geister. Wir alle sind Geister. Und, oh, oh, Reaktor ist an. Ich glaube, Senti, das schaffen wir eh nicht mehr. Also, ich glaube, jetzt ist die Runde spätestens vorbei, oder? Ja, da bin ich mal gespannt. Da bin ich mal gespannt. Ich weiß es doch. Ihr habt Zeit. Ihr könnt es schaffen. Wenn du dich ein bisschen beeilst und ein bisschen gut im Kopf bist in Mathe. Okay, hier ist einer. Keine Ahnung, Senti. Was soll ich jetzt machen? Okay, du steuerst mich. Was soll ich tun? Okay, wente. Es funktioniert nicht. Okay, okay. Dann würde ich sagen, finde der Poster heraus. Das ist meine Aufgabe. Freund, wir gucken mal dem Imposter zu. Wo ist er hingelaufen? Wer ist denn überhaupt der Imposter? Ich würde gerne mal wissen, wer der Imposter hier überhaupt ist. Hier, der Geist. Der eine Geist ist in mir. Wow, danke schön, Senti. Du bist mit einer sehr große Hilfe. Ja, was wird er tun? Was wird er jetzt tun? Und? Oh, oh. Moin, moin, Mr. Geist. Hat der Imposter-Wert erledigt und wendet jetzt hier. Wendet er, wendet er, wendet er hier raus. Oh, gefunden, gefunden, gefunden. Ich weiß, ich weiß, Senti und ich würde... Warte mal, es war hundertprozentig nicht. Warte mal, es war weiß und blau zu tausend Prozent nicht. Oh, ja, wer ist es jetzt? Zirn oder Rot? Und raus mit Zirn. Aber es war falsch. Vitamine weiß was. Ey, nein, oder? Oh, ja. Okay, Wurz, Senti, ich bin der Typ, der beide Imposter rausgefunden hat. Damit bin ich der Winner of the King Champion. Oh, ja, Winner, Winner, Chick, Nidda. Und ich bin der Typ, der einfach nur gestorben ist. Let's go, nächste Runde. Nächste Runde, ab geht es, Freunde. Eine Runde kriegen wir noch hin, oder? Nö. Und? Schade, schon wieder Crewmate geworden. Oh, Mann, lieber Gott. Warum tust du mich immer als Imposter schicken? Wie, Imposter schicken? Hast du dich damit verraten? Ähm... Oh. Na, ich glaube, du trollst einfach nur rein, so. Wir machen auf jeden Fall hier die Asteroiden-Aufgabe. Wer ist da? Hier ist der hellgrüne Geist. Oh, Licht geht aus, Licht geht aus, Licht geht aus. Schnell, schnell, schnell. Okay, äh, wo bist du? Oh, ich seh dich. Ich hab dich, glaub ich, gesehen. Warte mal, wie konntest du mich denn sehen? Ich bin neben dir. Hä? Warte mal. Vitamine? Du bist doch grad an mir vorbeigelaufen. Hast du mich nicht gesehen? Warte, nein, war das Licht aus? Ey, warte, du bist echt... Nein, ich hab dich nur mit dem Streifen... Hä? Äh, du, Sandy, jeder hat... Vitamine, ich glaub, du bist Imposter, weil... Ja, okay. ...du eine höhere Vision hast als wir. Okay, Sandy, ist egal. Dann vote mich eben raus, du kleiner Schweinchen. Nein, ich vote dich nicht raus, aber ich hab auf jeden Fall ein genaues Auge auf dich. Freude, das... Vitamine hat, glaub ich, eine höhere Vision als Imposter. Okay, okay. Hallöchen! Vitamine, bist du grad hier gewendet? Nein! Sandy, ich bin doch nach oben gelaufen. Du warst grad Edmund und dann bin ich hochgelaufen. Okay, Vitamine hat sich jetzt zweimal verdächtig verhalten und... Okay, okay. Und wo war der? Wo war der? Ja, okay, ich hab auf jeden Fall noch ganz, ganz hohen Verdacht auf dich, Kollege, okay? Okay, hab gerne einen Verdacht oder du kannst mich auch gerne rausvoten. Okay, okay, Freunde... Dann musst du die Imposter selber rausfinden. Schreibt auch mal jetzt hier in die Kommentare, was denkst du? Wer wird der Imposter sein? Welche Farbe? Und ich glaube, es ist Vitamine. Schreibt's auch in die Kommentare, wenn ihr denkt, es ist Vitamine. Und natürlich für mehr Among Us, dann lasst dir genau jetzt gerne einen Daumen nach oben. Also alle das Video jetzt vielleicht liken. Und in Electrical gefunden. Okay, ich glaube, es bist du, Vitamine. Ich schreibe jetzt... Hä, wie soll ich denn da hochkommen so schnell? Also ich glaube, schreibe ich, es ist Vitamine. Weil du bist auch... Du kamst auch aus der Wendrichtung. Da war keine Aufgabe. Aber wie kommt man denn da so schnell hoch? Ich kann doch nicht so schnell da hochlaufen. Du kannst wenden dahin. Äh, wie funktioniert das? Ja, 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 Vitamine. Ich weiß ja nicht so raus. Wie, ich schreibe nochmal Vitamine. Das heißt, die sollen nicht jetzt alle rausholen. Denke ich auch. Guck mal, die schreiben alle, du bist es. Nein, die sagen, denke ich auch, Sandix, dass es Vitamine ist. Ach so, aber... Aber... Sandix. Was? Also, Sandy, du bist hier gerade derjenige, der sich auf jeden Fall verdächtig fühlt. Ja, weil du erstens sagst, du hast mich gesehen, obwohl du eine höhere Vision hast und du kommst aus der Wendrichtung von Matt Bay und der Elektriker liegt leichter. Du, pass auf, Sandy, du bist da lang gerannt und ich habe dich noch gesehen mit deinem Hinterteil, mit deinem kleinen Schwänzchen. Hm, ja, 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 das soll ich glauben. Okay, und was hast du in Matt Bay gemacht? Äh, ich habe die Aufgabe da gemacht. Welche denn? Diese Medizinaufgabe. Welche Medizinaufgabe? Oh mein Gott. Okay, okay, interessant. Da gibt es nur eine Medizinaufgabe. Ich bin der Einzige, der sich gewartet hat. Wollt ihr mich alle veräppeln, oder wie? Aha, Sandy. Ach, Freunde, ich weiß, dass es Vitamin ist. Du bist es zu ein Millionen Prozent. Okay, pass auf, wo bist du denn? Ich bleibe jetzt die ganze Zeit bei dir, okay? Ja, können wir gerne machen. So, hellblau ist bei mir. Oh nein, geh weg, hellblau. Ich sage dir nicht, wo ich bin. Du bist ein Imposter. Ja, okay, dann bin ich. Irgendwer ist vor mir gewendet. Irgendwer ist vor mir gewendet gerade. Ich bin Electrical, 100 Prozent. Mich sieht gerade dunkelgrün und dunkelblau. Also ich bin... Oh Mist. Freunde, die Wendigklappe ist gerade aufgegangen. Ich habe es aber nicht genau gesehen. Äh, Sandy, du bist echt verwirrt so langsam, habe ich das gehört. Ich bin tot. Was? Du bist tot? Das kann nicht sein. Ich wurde erledigt und Vitamine, sei ehrlich, warst du es? Ja, natürlich. Ich bin Imposter. Ich wusste es und keiner hat auf mich gehört. Leute, ihr müsst mehr auf mich hören. Oh Mann, oh Mann. Nein, die haben mich rausgebotet. Ha, tschüss. Das bedeutet, der Win geht an die Crewmates. Oh Mann, nein. Ich wollte einmal gewinnen, Sandy. Die letzte Runde und... Schon wieder Crewmate. Jedes Mal, Freund. Ich bin heute die ganze Zeit Crewmate geworden. Ach, toll. Weißt du, ich hasse es echt als Crewmate. Warte mal, ich auch. Okay, okay. Ich merke mir auf jeden Fall. Aber diesmal spielen wir den, ja, den Detective. Den richtig krassen Geist Detective. Okay, okay. Weißt du, was mir nur gerade verdächtig vorkam am Anfang? Was denn? Du standest länger als die anderen dort. Ja, ich glaube, weil es gibt so einen Trick, damit kann man einfach so wegklicken, weißt du? Dass man schneller in der Runde ist oder sowas. Aber ich bin doch nicht so ein Pro-Vitamine. Das muss ich auf jeden Fall noch, moin moin, ein bisschen lernen, weißt du? Ich hab das Gefühl, dass du es sein könntest. Aber... Oh, Lichter, 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 Lichter sind aus. Okay, okay. Was geht jetzt ab, Freunde? Ganz, ganz schnell. Oha. Oh nein, oh nein. Wo bist du? Wo bist du? Ich bin hier in Edmund gewesen. Ich hab ganz ruhig meine Aufgaben gemacht. Aber warum willst du auf einmal wissen, wo ich bin? Warte mal, ja, damit ich weiß, ob du irgendwie killst oder sowas. Wie letzte Runde, weißt du? Ja, letzte Runde hab ich fast gewonnen. Aber nur fast. Fast gewonnen. Du wurdest direkt von mir verdächtigt, ey. Ja, aber trotzdem, du bist trotzdem eher gestorben als ich. Ja, 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 okay. Das würde ich natürlich auch an deiner Stelle sagen. Aber naja, so. Wir machen auf jeden Fall jetzt hier in Electrical unsere Aufgabe. Und es wurde noch keiner gefunden, oder wie? Nee, noch hat uns hier niemand gefunden. Aber noch zwei Sekunden, dann kann ich meine Aufgabe abgeben. Okay, okay. Wo bist du denn gerade? So, ich hab die Medizin gemacht im Medbay und jetzt geh ich Security. Okay, okay, gut. Dann würde ich sagen, Freunde. Oh, es wird jemand reportet. Okay, okay. Wer hat reportet? Es ist dieser Dunkelblau. Drei Leute schon. Okay, Dunkelblau hat reportet. Was schreibt der rein? So, was ist passiert? Oh, Mann. Wo warst du am Ende? Ich war... Ich bin gerade oben links gewesen. Ich weiß nicht, wie das heißt. Aber ich wollte auf jeden Fall zu Security. Okay, okay. Security, Freunde. Das müssen wir uns merken. So, okay. Jetzt bin ich mal gespannt. So, wo, wo, wo? Wo lag die Leiche blau? Wo, 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 wo? Bei O2 hat er geschrieben. Bei O2. Nee, ich war die ganze Runde nicht in O2. Ich weiß nicht, ob irgendwer den Camps oder das gesehen hat. Aber ich war nicht in O2. Warte mal, ich schreibe mal, ob irgendwer Sass war oder irgendwie sowas. So, irgendwer Sass. Mann, das wäre so krass. Vitamin, wäre ich Imposter gewesen oder so. Dann könnte ich einfach als Geist-Imposter alle unsichtbar erledigen. Ach, Mann. Das wäre übel langweilig. Dann könntest du durch die ganze Map fliegen. Oh, ja. Okay, ich habe nichts gesehen. Aber schwarz ist safe. Wie das bedeutet, wo ist schwarz? Hä, schwarz ist tot. Schwarz ist tot? Okay, ich skippe einfach mal. Das ist ein Laberdeck. Weil hier kann ich mittlerweile auch nicht mehr trauen. Vitamine? Wenn wir uns irgendwann mal sehen. Du traust mir nie. Durch jede Runde bin ich für dich verdächtig. Ja, das bist du auch. Okay, dann bist du auch verdächtig für mich. Nein, warum denn? Ja, auf einmal. Ich weiß nicht. Ich glaube, du bist ein Geist-Imposter. Du hast es so an sich, so ein Geist-Imposter zu sein, weißt du. Machen Geister so Geräusche? Ja, Geister machen so Geräusche. Naja, ich weiß es ja nicht, Freunde. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal. Sollen wir in die Camps ein bisschen gehen? Okay, wir chillen mal ein bisschen in unser Leben in die Camps. Vielleicht finden wir irgendwen oder so. Und erwischen irgendeinen Geist-Imposter auf frischer Tat. Das ist ja wirklich ultra krass. Aber naja. Oh, moin moin. Ey, du machst keine Aufgaben. Du machst einfach nur deine komischen Dinge hier. Ich habe letzte Runde schon Aufgaben gemacht. Ich gehe nur jetzt in die Camps. Entspann dich mal ein bisschen. Naja, okay. Aber ich denke mal, du hast recht. Vielleicht sollte ich vielleicht noch ein bisschen mehr meine Aufgaben machen oder sowas. Und alles gut? Ich bin gestorben. Und wer war es? Ich gebe dir keinen Tipp. Es war Gelb. Äh, woher weißt du das? Vitamine. Du bist doch im Poster. Oh ja. Gelb statt afk neben der Leiche schreibt. Oh nein, mein Imposter-Mate. Wie reportt man auf Pizza? Er probiert abzulenken. Er probiert abzulenken. Mist, Mist, Mist. Oh. Oder er wusste nicht, wie man reportet. Okay, das ist sehr, sehr gut. Und Gelb hat den Outplay. Nein, ey, gelb, gelb. Es ist gelb. Rot ist gelb. Warte mal. Hör ich da irgendwas? Hör ich da irgendwie? Nee, ich höre da gar nichts, Freunde. Okay, okay. Wir sind als Geist im Poster unterwegs. Und wir haben einfach jeden unsichtbar erledigt. Okay, oder wo ist denn? Hm. Dann würde ich sagen, skip. So, perfekt. Dann skippen wir einfach. Und dann müssen wir noch ein Double Kill machen. Und danach haben wir einfach die Runde schon gewonnen. Und, okay, rot. Rot, Rot und Gelb. Ich glaube, wir müssen jetzt Rot beseitigen. Und das. Denkst du, Gelb wird so schlau sein? Einen Double Kill probiere mit mir. Denkst du, wir kriegen es hin? Nein, das wird er nicht. Okay. Ich hoffe es zumindest. Ich hoffe, ihr werdet auf frischertappt ertappt. Ganz ehrlich. Oh, Mist. Ich weiß nicht, ob ich Gelb einem Double Kill zutrauen würde. Ich wusste es einfach von vornherein, dass du es die ganze Zeit willst. Du wusstest gar nichts. Du sagst jedes Mal einfach. Jedes Mal sagst du... Nein, ich habe nach der ersten Sekunde gesagt, du stirbst. Laber, laber, laber. Ja. Du sagst jede Runde, ich bin es. Und irgendwann hast du mal recht. Okay, okay. Er drückt aber auch nicht den Reaktor, Gelb. Ich weiß ja nicht. Also irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass er es so hellgrün ist auf jeden Fall. Hier, ich tue so... Oh, ich bin gewettet. Ich wollte nicht wettet. Ich wollte nicht wettet. Okay, du bist der Geist im Post. Und bist jetzt hundertprozentig tot dafür. Was macht der? Wieso reportet denn Gelb? Oh Mann, es ist gelb. Hey, ich hätte einfach nur noch einen Kill müssen. Oh, Gelb. Was machst du? Okay, zum Glück habe ich nicht einen Double Kill probiert, ey. Hast du gesehen? Ich bin einfach vor dem Quentet. Oh mein Gott. Blau sagt Skip. Ey, das war so übelst dumm eigentlich, dass er reportet hat, weißt du? Ich hätte nur noch einen Kill müssen. Aber nein, ich skippe mal. Und... Okay, eigentlich darf man gar nicht skippen. Es muss mal jemand rausgewortet werden. Bei fünf Leuten, zwei Impostor, ein Kill. Oh, jede Mathematik. Wow, Vitamin. Seid wann so schlau? Ich habe ein bisschen gelernt in der Schule, weißt du? Okay, 20 Sekunden, 20 Sekunden Zeit. Mist, Licht ist aber aus. Das bedeutet, wir müssen jetzt ganz, ganz schnell zum Licht rennen. 30 Sekunden Zeit, so. Aber wir rennen nicht zum Licht, so. Okay, Pink rennt zum Licht. Wir dürfen auf jeden Fall nicht verhindern. Also, wir müssen verhindern, dass irgendwer zum Button rennt, weißt du? Nee, wir müssen hier gar nichts mehr verhindern. Ganz ehrlich. Oh doch, oh doch. Ich würde sagen, wir rennen nach oben. Ich habe auf jeden Fall schon einen Plan, bevor irgendwer zum Button rennt. Machen wir sofort hier gleich die Tür zu. In Electrical. Okay, so. Ich habe schon eine Idee. So, zack. Drei Sekunden Kill, Cooldown. Eine Sekunde. Und der Gelbe macht den Kill und? Oh, ich bin gewendet, ich bin gewendet und? Es ist vorbei. Easy. Das bedeutet, die Imposter haben die Runde gewonnen. Let's go. Das waren auf jeden Fall. Total unverdient. Ja, paar ultra krasse Geisterrunden. Am Ende waren wir sogar noch mal Imposter. Das hat wirklich total viel Spaß gemacht. Und wir haben jeden einfach unsichtbar als Geist in Among Us erledigt. Oh ja. Und da würde ich aber sagen, Freunde, das ist mein heutiges Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Sandex-Army. Schaut unbedingt bei Vitamine vorbei. Das wäre auch sehr, sehr cool. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.